Ich bin Greta. Im Stück spiele ich eine Ente namens Victoria, aber wegen Corona müssen wir alle zu Hause bleiben. Während ich zu Hause sitze, trinke ich ganz viel Wasser. Deshalb spielt das für mich eine sehr große Rolle, weil ich sonst ohne es verdursten würde. Hallo, ich bin Emilia und ich spiele in dem Stück Unendliche Geschichten Vivien, die sich fragt, was sie als Hauptrolle in ihrer Geschichte überhaupt ausmacht. Für mich persönlich sind in der Corona-Zeit meine Sportschuhe besonders wichtig geworden, weil ich sehr viel Sport zu Hause mache und ich ohne den Sport hier wirklich an die Decke gehen würde. Hey, ich bin Knut und in unserem Stück hätte ich den Liebesdichter Frey gespielt, aber da wir ja wegen Corona alleine alle zu Hause sind, habe ich mir selbst das Jonglieren beigebracht und ohne diese Jonglierbälle hätten wir keine Äpfel mehr zu Hause. Hallo, ich bin Clara und ich würde in unserem Stück Unendliche Geschichten wie Alea spielen. Eine, die sich sehr für geschichtliche Fakten interessiert, aber dank Corona sitzen wir jetzt alle zu Hause und ich habe mit meiner Familie unsere Wohnung renoviert, deswegen der Pinsel und ohne den Pinsel sahen unsere Wände jetzt sehr hässlich aus. Ich bin Kay und ich hätte in dem Stück Unendliche Geschichten lieber Einhalbmehrwesen gespielt, aber dank Corona sitze ich zu Hause und lese ganz viele Bücher, so wie die Wolke. Ohne diese Bücher hätte meine Familie ganz viel mit mir zu tun. Ich bin Laura und im Stück Unendliche Geschichten wäre ich Olivia. Sie ist ein Free Spirit, doch wegen Corona bin ich jetzt zu Hause und ohne meine Sprühflasche würden weder ich noch meine Pflanzen überleben. Ich bin daunting. Und da war es엉-lich! Untertitelung des ZDF, 2020